Sie kennen Oscorp, mich aber vielleicht nicht. Ich bin Harry Osborn. Als mein Vater starb, hat er mir nicht nur ein Unternehmen hinterlassen, sondern eine New Yorker Einrichtung. Doch zu oft wurden sowohl Oscorp als auch diese Stadt von Kriminellen geplagt. Heute verkünde ich ein gemeinsames Projekt mit einem Mann, der genau wie ich vor kurzem in seine Geburtsstadt zurückgekehrt ist und helfen möchte. Wilson Fisk. New York hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Jetzt möchte ich mich revanchieren. Es war mir eine Ehre, diese großartige Stadt nach den letzten Krisen wieder aufzubauen. Doch das war nur der Anfang. Ich präsentiere Ihnen die erweiterte Einsatztaskforce. Die Polizei leistet mit begrenzten Ressourcen hervorragende Arbeit. Doch wenn die Bedrohungen zu groß für Sie werden, brauchen Sie mehr. Und wir haben es Ihnen gegeben. Anstatt den Steuerzahler weiter zu belasten, finanzieren Mr. Fisk und ich diesen ausgewählten Einsatztruppel. Sogenannte Helden wie Spider-Man machen das Problem nur noch schlimmer. Das ist unsere Stadt und wir holen sie uns zurück. Gemeinsam. Ich bin immer noch bereit, aus Korb zu übernehmen, junger Mann. Und meine Antwort ist immer noch Nein. Kein Problem. Ich warte einfach, bis dich dieselbe Krankheit wie deinen Vater dahin rafft. Achtung an das gesamte Personal der Taskforce. Sie haben Freigabe mit Phase 1 der Unterdrückungsinitiative zu beginnen. Ich wiederhole, Phase 1 der Unterdrückungsinitiative ist freigegeben. Ist ja super. Wäre ein guter Zeitpunkt, ein paar böse Jungs auszuschalten, solange die Taskforce ihnen Dampf macht. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Bisschen wie eine kleine Schlägerei wieder mal. Ja, ja, ja. So. Die da irgendwo ist. Aha. Ein Unternehmer meldet Unruhestifter auf seinem Parkplatz. Sehr emotional. Spuck's aus, meine Fresse. Oh, juppie, hey, hey. Oh, ordentlich was auf der Fresse. Jawohl, jawohl, jawohl. Und zack, bam, bam. Oh yeah, der ruckst du blöd, äh, der ruckst du blöd. Juhu. Mann gegen Mann. Ah. Und zack. Jawohl. Und bam. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Aha. Sehr schön. Dort hat Humor dann... ...schau fast wie ein Rumpel. Super. Ja. Wieder hat Spider-Man bewiesen, dass kein Verbrechen zu klein ist, um ihn zu interessieren. Ja, toll. Ja, ja, ich lieb dich auch. Okay, ähm, warte jetzt. Wo ist die nächste kleine Nebennation? Was sind näher dran? Zeig mal her. Boah, Alter. Mach mal hin. Was ist das? Wahrscheinlich irgendwie so ein Zivilist wieder mal beim Brand helfen irgendwie. Machen wir mal. Ja, dahin bitte. Zack. Ja, komm. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Zack. Juhu. Ah, da ist ein Comic. Will ich haben. Will ich haben. Mach mal ein Comic. Jawohl. Wer kann da schon widerstehen? Juhu. Wo bin ich jetzt hier landet? Moment. Das ist ein bisschen falsch. Hallo. So, bitte da hin. Feuerwehrfahrzeug, hallo. La 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 la. Jede Sekunde zählt. Bitte, ich sitze hier fest. Na ja, schil mal deinen Lifetime. Lass jetzt mal Orten hier. Das ist natürlich sehr schön. Wo ist er denn? Erst mal da hin, würde ich sagen. Ach, da bist er. Oh, was machst du hier? Ja, ja, komm, komm. Hals, fräse, Brett. Bist ja in Sicherheit. Warte, war falsch. Vielen Dank. Ich war schon fast gar. Ach, das geht ja jetzt weiter. Bin unterwegs. Ah, da ist der Nächste. Ah, komm mal her. Stehst du nur da rum oder hilfst du mir? Ja, ja, das ist doch. Ist ja okay. Rage, halt ab. Völlig irre, Mann. Ja, auch völlig irre, Mann. Wo ist denn der Nächste? Peace on. Hey, ich kann mich nicht erinnern, wer, der eingesperrt ist, dem hat nicht viel Zeit. Wie schalte ich denn jetzt wieder diese scheiß Spinnen? Brauche ich ja gar nicht. Nur hilf mir doch, Mann! Ich habe die Steuerung noch überhaupt nicht drauf, wenn man merkt. Na ja. Ach so, linke Maustast und rechte Maustast erhalten. Damit gewinnen wir an Höhe. Aha. Nein, Spider-Man. Man muss es halten. Ach ja, ja. Jetzt weiß ich das auch. Die Feuerwehr lobt Spidermans Einsatz, den sie als willkommene Hilfe dankbar annähme. Naja, komm. Ist ja kein Problem. Die Zentrale sagt was von der südwestlichen Ecke des Parks. Ich sollte als erster dort sein. Bring das schon da. Und die Spinne schwingt. Was? Ja, ist ja okay. Ach, komm mal, komm ich. Genau so will ich das haben. Ähm... Moment. Moment. Ich glaube erst mal Verfolgungsjagd machen hier. So. Mit einem Kommentar. Die Ankündigung von Osborn und Fisk stößt laut Umfragen auf breite Zustimmung. So. Die Bürger haben genug von Verbrechen und heben Zweifel am Verbrecherjäger Spider-Man. Ungeachtet an seiner guten Taten. Ach, was gibt es sonst Neues? Ich bin jedoch im Besitz der Akten der Taskforce Mitarbeiter. Darin finden sich Vorwürfe von Korruption, Polizei-Brutalität. Bisher ist nichts davon bewiesen. Doch wollen wir diesen Leuten so viel Macht anvertrauen? Na komm. Ja. Mein Comic. Oh ja. Oh ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. So. Gleich sind wir da. Ah, komm ich. Ah. Jawohl. Ein Punkt weniger auf meiner Liste. Und zack. Jawohl. Ich muss sofort die Geisel aus der Smarto befreien. Hört einmal los. Äh, Moment, 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 äh. Zack. Juhu. Moin, Jungs. Du musst auch immer alles kaputt machen. Was wollte ich denn eigentlich nicht machen, aber na egal. Lalalalalala. Achso, okay, verstehe. Wir müssen wirklich erstmal den Typen da raushauen. Moment. Oh, klar. Na, alle klapper dir. Na, guck, guck. Oh. 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 Komm schon. Jawohl. Mann, Abflug. Digga. Und jetzt schon. Zack. Komm, 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 komm mal rein. Ah, ich hab dich. Komm. Aus. Jawohl. Juhu. Jetzt haben sie kein Druckmittel mehr. Ja, ordentlich abgespritzt. Das ist voll. Zeugen zufolge wählte Spider-Man genau den richtigen Moment, um den Wagen zu stoppen, ohne Unbeteiligte zu gefährden. Spidey sagt, bitte anhalten. Ah, wie cool. Auch toll. Heldenstufe 2. Oh yeah. Mal weiter, ne? Würde ich mal sagen. Jetzt weiter. Hey. Spider-Man? Ich verschwinde. Die Spinne. Töte ihn. Ich weiß, was dich stört. Ich hab Herman Schulz ausgeschaltet. Und jetzt denkst du, dass ich ihn lieber mache? Ich will den... Keine Angst. Du hast die gleiche Zuwendung und Aufmerksamkeit. Verständlich. Dann kümmere ich mich erst mal um euch, Burschen. Ich teste gerade neue Slopes. Oh. Zack. Und zack. Ja. Und zack. Ja, ja, komm. Und frischst. Dann suchen wir mal den, der entkommen ist. Ist irgendwo noch voran da? Du? Böse Jungs einzuweben ist genau mein Ding. Ich kann helfen. Okay, Mr. Craven, der Jäger. Ich bin ganz ohr. Am Busbahnhof wurde geschossen. Vorsicht. Die Verdächtigen sind schwer bewaffnet. Mhm. Ja. Den Busbahnhof. Am Busbahnhof wird auf Kollegen geschossen. Brauchen sofort Hilfe. Alter, da geht es zur Sache. Aber Moment. Gut upgrade. Und zwar datia. Genau. So, was ist das jetzt hier? Der Lehmann für 6.000. Ja, das war ja nur die wichtigsten Rückmunkte. Das gab was Bekannten. Was sagen wir, dass sie im Verein jetzt zurück und betäubt sie? Hört sich gut um. Aber, was ist das denn? Das war ja, man kann sich jetzt sagen, dass er nicht nur Position seiner Feinde, sondern auch deren Sichtfeld erkennen kann. Sämt sich im Tamanus bei verschiedenen Feinde. Warte mal kurz. Ich schaue mich erst mal noch ein bisschen weiter rum. Waffenblockade. Das ist eine Überraschung, wenn wir mit dem Feind durchstehen, dass er uns die paar mal an den Boden festgegeben hat. Das killen wir mal das hier. Das hört sich ja eigentlich auch gut an. Tempo. Tempo Taschentuch oder was? Nicht hellos. Ich denke, dass er ein Netzzug jetzt erheblich schneller wiederverwendet wird. Ja, nehmen wir auch. Oder auch nicht, denn wir haben kein Money mehr. Scheiße, aber auch. Okay. Ah. Kann ich schon das jetzt hier schön sneaky-peaky-like erledigen? Ohne, dass mich keiner bemerkt hat. Erstmal der hier. Vielleicht der hier. Yeah. Und der andere merkt es gar nicht. So, zack. Jawoll. Sneaky-peaky-like. Bitches. Oh, er hat mich gesehen. Ah. Wie kommt der denn, der Typ eigentlich? Moment. Das schaue ich mir mal auch von hier an. Und jetzt so hier hin. Vielleicht. Und zack. Jawoll. Sehr schönes Ding. Und jetzt den hier. Jawoll. Es ist nicht so. Und den hier. Kein Problem. Ja, ja. Du auch. Alter. Weniger McDonalds. Burger King. KFC. Alles. Weniger. Für dich, Kollege. Läger. Falten. Und Bäm. Und. Nimm dies. Aha. Die Fräse, Kollege. Bäm. Bäm. Jawoll. Ja. Das war's auch mit dir. Oh, Mann. Beeindruckend. Aber du bist noch rau. Unerfahren. Ich war erfahren genug, um deine Freunde zu besiegen. Ich bin Russe, aber kein Freund dieser Opfer. Mein Name ist Sergei Kravinov. Man nennt mich Kraven, den Jäger. Von dir ist die Nachricht. Hm. Im Netz heißt es, du bist so ein verrückter Reality-TV-Typ, der nackt durch die Wildnis läuft und Käfer futtert. Wie kannst du mir helfen? Ich kann einen Jäger aus dir machen. Nicht nur einen Jungen, der vorgibt, ein Mann zu sein. Wenn du einwilligst, findest du mich. Hier. Wir sehren uns wieder. Parker, wieso habe ich hier keine Fotos von der Fisk-Ospot-Pressekonferenz? Tut mir leid, Mr. Jameson. Aber ich hatte Schule. Sie wissen schon. Ein Leben außerhalb des Jobs. Zu meiner Zeit war der Job das Leben. Ihr Presseausweis ist reine Verschwendung. Jojo, erreiche Cravens Loft. Aber erst mal, ja. Eigentlich hatte ich eine gute Idee, wofür ich meinen Presseausweis benutzen könnte. Did Comic-Einsame, ja? Oh ja. Ich muss zugeben, es wäre nett, nicht das Gefühl zu haben, diesen Kampf alleine zu führen. Aber kann man Craven trauen? Craven weiß offenbar nicht, wer ich wirklich bin. Sonst wäre er zu meinem Haus gekommen. Ich weiß nicht. Am besten war ich immer allein. Andererseits habe ich auch noch nie was anderes ausprobiert. Wenn ich Cravens Jagdtechniken lerne, muss ich nicht auf den Polizeifunk zurückgreifen, um die bösen Jungs zu finden. Nicht, dass ich Craven meinen richtigen Namen nenne. Und ich passe auf, dass er mich nicht hintergeht. Ich hatte noch nie ein richtiges Kampftraining. Cravens Methoden könnten nützlich sein, wenn ich meine Kräfte verliere. Und, nächstes Comic. Genau, was ich wollte. Okay, nicht nervös werden. Du brauchst Infos über Craven und du hast den Presseausweis, um sie dir zu holen. Kinderspiel. Denk nicht daran, dass er dich ausstopft, sobald er weiß, dass du nur Fotograf und kein Journalist bist. Moment, ob Comic würde ich mir auch gerne holen. So, sehr schön und wenige auf meiner Liste. Ja. Und jetzt ab dahin jetzt ja. Das war die nächste Mission. Genau hier. Ah, rein. Jojo. 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 Jojo.